Ja schöne Grüße an die Location zurück. Hier geht es gleich los mit dem Match Magdeburg eSports gegen eSports United Karlsruhe. Das ist das Warm-up Match für das Finale der deutschen eSports Bundesliga in der Rubrik Disziplin, wie auch immer man das nennen möchte. Rocket League 3 gegen 3. Das Ergebnis von vier oder fünf Gruppenphasen, einem Turnierbaum und das ist jetzt quasi das Finale dieses Turniers. Ja, die Jungs für Magdeburg eSports machen sich hier warm gegen eSports der Karlsruhe. Mein Co-Caster incoming, immer noch gemutet, wird wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun haben. Ich versuche das in der Zeit mal allein für euch hier zu regeln. Ich hoffe, er hat keine technischen Probleme, sowas passiert. Ja, wir warten jetzt auf die beiden Teams. Ich habe gerade schon angeschrieben, ob wir ready sind. Kaster, wir sind ready. Da sehen wir, dass die Leute das Spiel nochmal verlassen. Woran es liegt. Aber ich denke, die beiden Teams werden sich koordinieren. Wir werden dann demnächst zu unserem Warm-up kommen. Rewards. Es ist ein Freundschaftsspiel, gerade auch das Finale nachher ist nur im Rahmen der DSBL. Da gibt es keine Rewards, wie zum Beispiel morgen, wenn ihr bei der RLCS zuseht, könnt ihr ein paar Rewards abstochen. Okay, es scheint loszugehen. Ja, schauen wir mal, was die Jungs so treiben. Dann geht es los. Sorry. Mit dem Anstoß kein Problem. Was war ich verpasst? Nicht viel, den Anstoß. Den Anstoß, gut. Genau. Direkt los mit dem Torschuss von Jesus. Ich werde das da in der Luft, wenn wir die beiden unter Kontrolle bringen. Und das Magdeburger Tor, gut abgewehrt. Keine Freestyle. Ich hätte schon das erste Tor 1 zu 0 für Magdeburg eSports. Wunderschön von Jesus gefollowed. Da haben die Jungs von Isuka wahrscheinlich nicht gerechnet. Das Anstoß wurde ein bisschen gecheatet. Ist einer hinterher gefahren. Das ist aber durchaus üblich. Das Gerangel vor dem Tor von Isuka. Aber sie können den Ball behaupten und kommen jetzt in die Magdeburger Hälfte. Und dann kommt sogar ein Schuss aufs Tor. Der zweite Nachschuss und kommt noch ein Nachschuss. Nein. Da wird er an der Wand geblockt. Und das geht über die gegnerische Hälfte. Ja, wenn ich sage gegnerische Hälfte, ihr müsst wissen, sind natürlich leicht parteiisch für Magdeburg eSports. Nicht leicht. Aber ich sehe das mir nach als Mitglied im Rocket League Team. Incoming ist ja auch Mitglied im Rocket League Team. Stand in, ja. Aber wir sehen ja aktuell schon eine schöne Abwehrarbeit von Jesus, der schon einige kritische Bälle schön gehalten hat. Definitiv. Und Taka versucht jetzt den Ball nach vorne zu spielen, wird aber unterbrochen von Isuka. Man sieht, beide Teams sind noch nicht ganz warm. Da sind es ein paar Versuche, die... Klassische Aufwändspiele. Ja. Oh, da kommt ein Scharteschuss erst so gegen die Latte. Taka nimmt ihn auf dem Dach. Wird aber geblockt. Versuche ich jetzt noch mal einen reinzubringen und... Schönes Ding. Bist du eigentlich zu laut? Ähm, nö. Eigentlich nicht. Gut. Ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen... Unpositioniert. Ja, da hat er schön gelesen, den Abpraller von der Decke. Bin hinterher gefahren. Kann man machen. Dann nehme ich noch die Kamera ein bisschen weiter raussuchen. In der Action Cam und... Wow. Was war das? Ja, das war ein klassisches Kick-off-Goal. Hat einer an genau der richtigen Stelle gewartet. Ja, das hat Amazonas Band genau richtig genommen. Sehr schön. Ja, so schnell kann es aber gehen. Da sind Isuka wieder dran. Vorsprung von zwei Toren. Auf ein Tor zusammengeschrumpft und... Das macht natürlich Druck bei den Spielern nicht. Ach. Ich wusste, dass irgendwas gefehlt hat. Ich habe einen 21.0-Monitor und das Action... Äh, das Sichtfeld war noch... Klein. So, jetzt Magdeburg im Angriff. Jesus verpasst es knapp. Jarvan spielt fast schön aufs Tor. Hallo, Band. Jetzt ist es viel rumgespringe. Aktuell, ohne dass was passiert. Passt rein und wird aber gut abgewehrt von Shadowstar. Ah, die Rotationen müssen erstmal wieder koordiniert werden. Wenn man länger nicht gespielt hat. Das sieht man jetzt gerade. Ja. Wir sind zweit auf dem Beigang. Loops. Oh, die Loops. Taka war schön gehaltenes Ding. Äh, geblockt. In der Mitte und versenkt das Ding. Das... Der Typ ist heute an Fire anscheinend. Das war eine schöne Aktion. Schön die... Vorwärtsbewegung von Izuka unterbrochen. Damit hat keiner von Izuka gerechnet. Alle waren schon vorn und haben auf den Pass in die Mitte gewartet. Aber er hat es geblockt und konnte dann auf ein leeres Tor schießen. Das war auch nicht so schön gestoppt der Ball von Izuka. Das wäre gerade fast schon wieder kritisch geworden. Oh, Abraller! Ah, das war... Da hapert es etwas am Positioning der Defense. Wieder zwei Leute auf gleicher Position. Klassischer Pressball. Ja. Weiß nicht, wo der hingeht und... Da kann man nicht viel machen. Das ist einfach... Teil von Rocket League. Da muss man mit leben. Beide Teams hier aber auch mit dem Fast Kick Off. Ja. Ist ja inzwischen schon... Selbst auf Silber-Edo-Standard teilweise. Ja. Das sind trotzdem sehr riskant. Weil dadurch halt auch immer Pinches zustande kommen können, die, äh, unberechenbar sind. Und vor allem, wenn du Fast Kick Off machst, dann bist du meistens nicht so hoch. Ja. Dass du den, äh, Pinch nach oben, äh, gewinnst, der ziemlich häufig ist bei sowas. Das stimmt. Und jetzt wird ein Tor überhaupt nicht. Ah. Viel zu hoch. Wir haben einen Treib, das Ding nach vorne. Passt jetzt noch mal rein. Wer wird ihn abnehmen? Paco nicht. Ja. Jesus. Und... Schade. Leider zu schlecht platziert. Da könnte der letzte Mann von der Süper noch mal dazwischen gehen. Hm. Wir haben auch schön contested von Jesus. Schiebt den Ball in die Mitte. Wird über die Ecke gespielt. Versuchen mit aller Gewalt den Pass in die Mitte zu kriegen. Oh, weil Suka lässt sich hier nicht zurückdrängeln. Nein. Oh, jetzt sind drei Leute... Jetzt sind sie zu greedy. Jetzt sind sie zu greedy. Jetzt sind Magdeburg Eastwood auch zu greedy. Ja. Zweit einen Ball, was hätte wichtig sein müssen. Aber es ist schon für ein erstes Match, das ist schon sehr spannend hier alles. Oh, da verfehlt der letzte Mann den Ball nochmal. Aber gerettet. Verpassende Mitte. Schade. Jesus. Aufsehen nach Narnia. War ein bisschen schnell. Da würde mir auf jeden Fall keiner versinken. Hallo. Fan. Erstes Spiel. 1 zu 0 für Magdeburg Eastwood. Gespielt. Also wir müssen als Spectator jetzt hier auch ready machen, ne? Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das... Ich hoffe, dass jeder von den Magdeburgern ein anderes Symbol hat. Ja, das steht halt für die Individualität unserer Vereinsmitglieder. Da geht's los. So, wir müssen's durchschauen. Mit startet's. Und der Fast Kick auf den beiden Teams. Und dieses kann den Ball an der Wand holen ja wohl. Boah. Das ist... Kann ich ziemlich interne Geheimnis ausplaudern. Das ist so ein kleiner Standard-Move von ihm. Diese Bounces von der Back-Wall kann er sehr gut lesen. Und meistens auch verwandeln. Pssst. Ich hab noch ein Spiel. Na ja, der Carry, das ist das... Also, ich weiß nicht, was du unter Standard-Line-Up verstehst, aber das sind die drei Spieler, die heute Abend das Finale bestreiten werden. Gut. Jetzt gibt's wieder ein bisschen gerangel in der Ecke. Dieses klärt das Ganze an der Wand. Das schätze ich aber beim Sprung. Ja. Tako, jetzt mit den Beinen nach vorne. Irgendwie in lauer Hälfte. Und da verspringt sich Jarwin schlimm. Es fühlt sich komisch an, schlecht über Magdeburg zu reden. Weil sie sagen, Basti hat verkackt. Das ist halt... Ja, ist ja nicht schlecht. Das passiert halt, ne? Wem ist das noch nicht passiert, dass er zu einem Aerial hochgehen wollte und dann einfach nur ein Backflipper macht? Ach, mir noch gar nicht. Äh, 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 äh. Jetzt zwei frei in der Mitte. Basti schnappen sich. Wird aber je unterbrochen. Tako macht den Pass in die Mitte. Wird aber auch wieder nix. Ne, der Carry, da äh... Da sind jetzt die... Also, kein Statlin dabei. Du beiß auch. Magdeburg ist komplett frei und Izuka schießt daneben. Schade. Ja, wurden da ein bisschen gestört von Darin. Das hat er gut gemacht. Hat sie dazu gezwungen, schnell zu schießen. Dadurch haben sie eben keine Präzision aufbringen können. Jetzt sind sie aber ganz schön unter Druck. Hier, Magdeburg, Izsports. Zuka macht immer wieder mit langen Bällen den Schlafraum von Magdeburg, Izsports unsicher. Können sie sich befreien. Jetzt ist Zuka in dieser Position. Oder auch nicht. Es geht immer hin und her. Ja, es ist ziemlich schnelles Spiel. Gerade. Das ist aber auch sehr schön. Und dann können die Jungs sich gleich mal einstellen auf das, was da kommt. Und Team A ist echt gut. Gegen die haben wir letztes Jahr gespielt. Ja. Und es ist, sagen wir mal, knapp ausgegangen. 3-0 oder sowas. Höre ich da Ironie in deiner Stimme? Was? Sarkasmus mache ich nicht. Nee. Oh, sehr schön. Das war ein sehr schönes Spiel zu Taco über die Bands. Schöner Pass von Taco auf jeden Fall. Ja. Das ist schon die halbe Miete. Jis ist wieder direkt auf dem kurzen Weg da gewesen. Hat das Ding verbandelt. Magdeburg versucht früh jetzt schon aggressiv reinzugehen. Aber jetzt versuchen sie wieder zu zweit reinzuspringen. Und das ist alles andere als effizient. Und sogar mit dem Schuss aufs Tor haben wir zwei Magdeburger stehen nach davor. Ja, ich denke... Mit dem weiten Pass nach vorne. Ich denke, das ist der 2-0 Vorsprung, der Magdeburg, die es jetzt hier ein bisschen Sicherheit gibt. Hallo, Band. Das kann gut sein, ja. Ja, da sieht man es auch wieder. Danke an dieser Stelle auch nochmal an die ganzen Follower, die gerade reinkommen. Wir konzentrieren uns aber auf das Spiel. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ihr seht eure Namen ja live eingeblendet. Da kommt es... Ah, schade. Taco mit dem Schuss nach vorne. Wird unterbrochen von Exarion. Und da versuchen sie wieder alle hinzuarrielen. Und das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schlecht enden. Oh, schade. Viel Gefühl wollten sie ihn in die oberrechte Ecke bringen. Leider ist der... Unzumlück nicht bestraft. Oh Gott, wo ist ein Tuckhorn geflogen? Das ist immer sehr schwierig hier, ne? Weil oben an der Decke in dieser Rundung abprallt. Diese Bälle sind... Erstens, dass sie zweitens Abpraller sind. Also... Aufsetzer sind. Richtig schlimm. Ja, das ist passiert. Der war manchmal bis kurz zu gierig. Es war keiner mehr hinten. Paco wurde als letzter Mann überspielt. Sie hat versucht, den Ball abzublocken. Aber dann kam halt... Jifu gut hinterher geflogen. Ja. Hello... Friend. Kickoffs gehen sehr oft auf die Seite von... Spots United Karlsruhe. Isuka. Genau. Jetzt wird es besser aussprechen. Oh, ja. Knappes Ding. Und da hat Isuka wieder aufgeholt. In der von einer Minute. In der von zwei Sekunden. In der von zwei Sekunden. Checken sich hier nichts. Haben sich auch nicht aufgegeben nach einem 0-2 Rückstand. Sind jetzt wieder dran. Und... Damit ist das Match wieder offen. Dieses Verschätze beim Aria. Schade. Das hätte ein sehr gutes Tor sein können. Oh, Eigentor. Da kommen alle nicht schnell genug zurück. Da hat es wieder an der Absprache gehapert. Dieses hätte das Ding gecleart. Äh, Jarvan. Jarvan hätte das Ding gecleart. Ne, sie kamen einfach nicht schnell genug zurück. Okay, das sah aus meiner Perspektive. Sah das ein bisschen anders gerade aus. Sichtfeld weiter aufziehen. Oh, Jesus. Das war ein offensichtliches Tor. Das sind die schlimmsten Bälle. Man denkt immer. Äh, ja, da kann man noch reagieren. Aber wenn man mit vollem Speed anfährt. Und ein Gegner selbst nur um zwei Meter den Ball nach rechts schiebt. Kann das schon den kompletten Schuss versauen. Ja, und da hat Ysuka das Ding jetzt noch gewonnen. Ah, noch ist es nicht zu Ende? Ja. Okay, das war's. Ja. Das ist halt irgendwie das komische an Rocket League. Und das spannende. Ja, es ist halt auch ein Spiel, wo man sich aneinander gewöhnen kann. Also mit dem Spiel lernt man ja was über den Gegner und lernt wie die Gegner spielt. Ja. Und das kann man natürlich dann im nächsten Spiel, wenn man dazu fähig ist, versuchen umzusetzen. Da kommt ein direkter Schuss. Und da haben wir das Tor. Hallo, Band. Jetzt sind beide Teams sehr passiv aufgestellt. Ja, irgendwie schon, ne? Der Suka wird jetzt unterbrochen von Taco. Der fährt direkt hinterher, aber wird nichts finden. Jesus. Leider nicht gut geklärt. Und Javin treibt es nach vorne. Ja. So tretet aber. Man sieht jetzt, beide Teams haben voreinander Respekt. Und es werden keine besonders riskanten Moves mehr gemacht. Ne, sie möchten eher gewinnen inzwischen. Ja. Oh, das war ein schönes Ding von Team Q. Von Jif. Jifu. Ja. Von Isuka. Ja, Jifu. Hat's ja gut gemacht selber. Ach ja, da unten sieht man die Buchstange. Bei dem Nameplate ist das einfach so ein Echteck. Muss dich melden, ne? Das stimmt. Oh, da kommt der Schuss ins Tor. Beide auf die Defense gegangen. Voll knapp. Ey, 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 ey. Wir kommen eben gerade echt nicht raus. Ne, ey, ey, ey. Ne, ey, ey, ey. Ne, ey, 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 ey. Da ist Jifu wieder. Die Defense von Magdeburg E-Sports verschätzt sich da. Zwei Leute segeln am Ball vorbei. Und da kann selbst Jaren, der im Tor geblieben ist, nichts mehr machen, weil er einfach so präzise geschossen ist. Keine Chance mehr hat, da ran zu kommen. Gut, aber wir haben ja im letzten Spiel gesehen, dass ein 2 zu 0 Rückstand nichts zu sagen hat. Ich denke mal, Magdeburg E-Sports ist auch ein bisschen aufgeregt schon wegen des Spiels, das danach folgt. Finale der Deutschen E-Sports Bundesliga. Da ist die Chance. Pass in die Mitte von dieses. Leider keiner da. Ich hab schon mal den Chat irgendwie angewendet. Chat ist recht still. Oder hat sich bei mir aufgehängt, das bin ich für nichts dran. Ja, Chat. Chat, seid ihr noch da? Ist noch jemand da? Hallo? Hallo? Wie geht's in einer halben Stunde um was? Ja, das erste Mal Teilnahme an der Deutschen E-Sports Bundesliga und direkt im Finale. Das ist schon nicht zu verachten. Station Marine ist nicht da, schade. Oha. Young Mate. Wenn das mal kein Fehler war. Genau. Mach mal ein bisschen Lärm. Ich hoffe, Magdeburg E-Sports hat sich jetzt nicht schon aufgegeben. Oh, das war ein, das war ein sehr guter Touch von Jifu. Also, falls ihr gerade in Magdeburg E-Sports seid und von Magdeburg E-Sports seid, es ist auch noch gleichzeitig ein Public Viewing in unserem Trainingsraum. Da könnt ihr euch dann die eine oder andere, ja, den einen oder andere Pfillsaft mit El-Präsidenten teilen. Maxim-Gorki-Straße, ne? Ja, Maxim-Gorki-Straße. Ich kam gerade nicht auf die Adresse. Die Nummer habe ich leider auch nicht im Kopf. Ich glaube, 18? Ja, sicher auch 16 oder 18 oder sowas. Ihr werdet das schon finden. Da gab es ja einige Beiträge zum Thema. So, jetzt nochmal zurück zum Spiel. Magdeburg E-Sports in der offensiven Tacko macht einen Backflip. War wahrscheinlich intended, weil er gesehen hat, dass das schon der Gegner hochging. Magdeburg hängt aber auch schon gut zurück, ne? 4-0 nach drei Minuten. Ja, 4-0 ist schon ein großer Rückstand, aber nichts, was man in zwei Minuten nicht aufholen könnte. Auf keinen Fall, ja. Aber da kam die Demo und Tifu macht das wieder. Die Magdeburg-Defensive struggled da ziemlich. Die Leute treffen den Ball nicht. Verbesten uns nicht die Aufregung. Es kann gut sein, es kann gut sein. Jesus hat ja schon gesagt, dass er sehr aufgeregt ist. Ja, aber noch bewegt sich sein Auto, das heißt, er hat noch keinen Herzinfarkt gehabt. Gut für uns. Wenn nicht, haben wir eine Notfallnummer für ihn. Ah, da wird sich schon was finden. Kann jemand seine Mutter anrufen im Ernstfall? Oh, da ist er schon... Oh, schade. Oh, schade. Sehr schade. Ich wollte Tako den Bounce von der Latte lesen. Ich hab' den aber gerade schön hochgehalten für Jarwin. Ja. War sehr hübsch. Aber Isuka hat eine unglaublich starke Defense. Ja. Wenn man das mal sieht, jeder Versuch von Magdeburg eSports nach vorn zu spielen, auch wenn's kein direkter Schuss aufs Tor ist, sondern nur erstmal gegen in die Ecken und gegen die Banden, ist immer jemand von Isuka da, um den Ball nochmal zu berühren und um den Spielfluss von Magdeburg eSports zu stören. Das ist unglaublich stark. Oh, da haben sich beide versucht zu koordinieren. Und haben wahrscheinlich beide gesagt, dem du. Dieses haut sich raus und zerstört noch den Exaron. Oh ja, schöner Spielzug von dieses. Die sind echt richtig defensiv gute Jungs, also meine Herren. Wir haben ja drei Defensivspieler hingestellt und dann gesagt, wir spüren mal die zum Aufwand auf. Das kann gut sein. Das ist ja nicht das erste Match von Magdeburg eSports gegen Isuka. Vielleicht haben sie sich auch ganz professionell nochmal Replays von den letzten Matches angeguckt und ihre Schwächen versucht auszubügeln. Man weiß es nicht. Das kann gut sein. Ist ja eine Hochschule, ich würde ihm das methodisch auf jeden Fall zutrauen. Ist ja ein Hochschulteam. Und Jesus versucht den Abschlag zu stören quasi. Gut. Takao räumt hier Jesus ab. Hier suchen wir noch leichte Absprachschwierigkeiten. Im Chat gibt es sie immer von Jesus. Ich glaube wir sind da safe. Okay Bombe. Falls sich dein Auto nicht bewegt, du weißt was du zu tun hast. Ruf ihn an oder ruf deine Eltern an und krieg keinen Notarztragen zu ihm. Das ist nämlich schon ganz schön aufregend. Aber ich denke 6 zu 0 Rückstand, 6 Sekunden zu spielen, ich denke das ist vorbei das Spiel. Und wir müssen mal sehen welches Format das ganze hier überhaupt hat. Ob einfach Matches hinterher oder weg gespielt werden oder wo es ein Best of Threes ist, dann wäre es ja jetzt schon zentrum. Wir tun auf jeden Fall erstmal weiter. Okay. Und die entscheiden dann was du machen. Genau. Ich vermute mal Jauron spricht dich gerade ab. Ne. Alle rausgegangen? Wir hatten alle. Okay. Alles klar. Ich habe nur gerade kurz hingeguckt und sah so aus als wenn alle raus sind. Aber wir sehen hier noch ein Match. E-Sports United gegen... E-Sports United Karlsruhe gegen Magda und E-Sports. E-Sports United Karlsruhe gegen Magda und E-Sports. Fauen wir mal wie die Runde aussieht. E-Sports United Karlsruhe für 2 zu 1. Richtig? Wie ist das 2 zu 1? 2 zu 1 noch spielen, ja. Und jetzt so ein schöner Pass und schön verwandelt. Nicht zu fest. Nicht zu lasch. Ja, Jesus hat da schön gesehen, dass der Torwart nach links auf den Torwart aus unserer Sicht guckt und hat ihn in den Rücken des Torwarts gespielt. Da kann man nicht was ihm machen. Der hat aber seinen Rückwärtsfahren abgebrochen. Hätte er das nicht gemacht, hätte er den sehr locker haben können. Wahrscheinlich, ja. Da war schon der gut, der Reflex richtig da von Nizuka, aber... Wenn du halt alleine im Tor stehst und nur noch jemanden mit Ball vor dir hast, dann musst du dich für irgendwer einfach entscheiden. Das ist wie über ein Elchmeterschießen, denke ich. Du rutschst das Herz halt immer in die Hose. Richtig. Du hast eine Entscheidung, die richtig sein kann, aber 360 andere, die falsch sein können. Genau. Aber das ist eben Rocket League, das macht das auch so spannend. Ich freue mich schon auf die Matches gleich. Das wird echt ein sehr, sehr schönes Rocket League, was wir da sehen. Ja, von euren Erzählungen oder generell auch von den Recherchen, die wir schon gemacht haben. Oh, da kommt ein Bannenschuss, das Tor. Leider. Aber Nizuka ist dann wieder dran. Also... Die sind echt gut defensiv aufgestellt. Unglaublich starkes Defensive Play. Und der Block von Jesus. Da kommt der Nachschuss. Oh, da haben sie sich gegenseitig blockiert. Oh, die Tiefen versuchen sie auch, Javin aus dem Tor zu kicken. Das ist jetzt schon ein bisschen, ja... Mit Blutgrätsche und... Bis einer heult. Sehr schön durch die Zug. Aha... Hat Magdruck Isuzzi wieder ein bisschen zur Koordination gefunden. Ja. Fabrin hat unten gewartet, falls es ein... Eine Abwehrktion von Isuka gibt. Aber Takor... War oben. Und konnte ihn verwandeln. So, jetzt Jesus von der Wand. Wieder dabei in der blauen Helfen. Jesus spiegt nach vorne, aber Isuka... Meine Herren! Also, die sind da sogar zu uns zweit am Abklochen. Und jetzt Takor mit dem Pass in die eigene Hälfte. Oh, der geht in die Mitte. Spannende. Davin kann das... Davin treibt weiter. Kriegt es aber nicht so ganz unter Kontrolle. Und jetzt der Jesus muss das Ding halten. Hat er sicher. Und Javin über die linke Flanke mit dem Bein in der Mitte, aber... Uh... Schade. Hast du es weg, Viktor? Dank Mate, das steht 2 zu 1 für Isuka. Aber das ist jetzt noch nicht das Finale, das ist jetzt noch beim Spielen. Genau. Das Finale findet gleich um 19 Uhr gegen TMA statt. Und dann wird es hübsch. Ich kann das nur wiederholen. Also, dass die TMA Jungs letztes Jahr abgeliefert haben, das war für die damalige Zeit echt schon extrem. Also die Jungs haben heute eine richtig dicke Aufgabe vor sich. Das ist ein dicker Brocken, ne? Also auch wenn man den Turnierverlauf von TMA sich mal anguckt. Sie haben ja letztes Jahr an der DSBA schon teilgenommen. Haben da, ohne ein Match abzugeben. Also nicht mal ein einziges Spiel verloren. Sind sie da durchgerauscht und haben gewonnen. Und dieses Jahr wieder. Also sie sind ins Finale gekommen, ohne überhaupt ein Match abzugeben. Magdeburg-E-Sports hat auch kein Spiel verloren, hat aber zwei Matches abgegeben. Ja, das wird eine sehr spannende Geste, denke ich. Beziehungsweise hoffe ich einfach, dass TMA, dass Magdeburg-E-Sports mit TMA mithalten kann. Ja, es wird, weiß nicht, ist das die erste DSBL? Ne, das ist die zweite schon. Okay. Zweite Cup. Jaren hat mir erzählt, dass, wie gesagt, Team A... Oh, da war Magdeburg gierig, jetzt ist keiner mehr hinten. Kann Jaren da noch... Ja, und Jaren versucht es noch, aber... Hat versucht, mit den Flips noch ein bisschen mehr Speed draufzukriegen. Flippt in die Gegner rein und wird dadurch gezwungen, es eigentlich nur zu schießen. Schön geblockt von Jifu. Ja. Team A, TMA, also TMA. TMA Speedrun. Okay. Geh uns damals gesagt, das heißt Trymon Active. Heißt es aber nicht. Oh, schön das Ding von Taco. Jetzt schon zum dritten Mal sein Auto gewechselt hat, übrigens. Jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich für... Ja, vielleicht haben wir Jungs ja auch so ne Art... so eine Art Setup, wie es bei Freundspielspielen in Gruppenaufteilungen so ist. Dass einer der Tank ist, einer ist der Damage-Dealer. Keine Ahnung. Und Jesus ist der Heiler, der immer hinten steht und alles saved. Wir sind die Supporter. Ja, es hat ja jeder Spieler seine Präferenzen. Oh, das war eine fragwürdige Aktion von Darin, aber Taco verwandelt das Gut. Shifu lehrtet weiter in seine eigene Hälfte. Jetzt gehen alle hoch, aber keiner trifft so richtig. Jesus muss das Ding treffen. Die kommen jetzt zum Ritten aufs Toy fahren. Aber Potatoen auch gut rein. Fucking Roleplayers. Roleplaying macht Spaß, glaube ich. Also, jetzt sind ich wenn du den ganzen Tag im T-S hängst und den ganzen Tag Rollenspiel musst, aber mal so punktuell, das macht schon Spaß. Es ist halt, also Rollenspiele sind halt das Gegenteil von kompetitiven Spielen eben. Und ich glaube, das ist, also es gibt, polarisiert halt sehr, ne? Es gibt Leute, die mögen sowas, es gibt Leute, die mögen sowas nicht. Es kommt halt immer drauf an, wie sehr man es durchzieht. Und wie strikt man halt Leute da ranführt, zum Beispiel. Das Match könnte Marktu und E-Sports, die wir für sich gewinnen. Also, Young Mate, Vorsicht, ja. Ich komme nach Halle und dann jetzt nicht. Trink mal ein Bier. Mehr wird nicht passieren. Apfelsaft. Apfelsaft. Ein Apfelsaft, ja. Ein Apfelsaft. Ja, das ist die Fan-Crew von Jesus, glaube ich. Die hier ein bisschen Stimmung macht. Was ja auch gut ist. So, ich muss auf Zuschauer drücken. So, fünftes Match. 3 zu 2. Da lag ich jetzt falsch. Da kommt direkt das Kick-Off-Golf und Jesus. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Abzeichen für Marktu und E-Sports. Wenn wir innerhalb der ersten 30 Sekunden ein Tor schießen, dann wird das ein gutes Match für Marktu und E-Sports. Das war jetzt halt unlucky für für Iizuka, dass Exor da nicht hochkam. Ja. Exor. Hallo, Brand. Schon wieder sehr knapp von Exor. Hat er den gemacht. Das wäre sehr schwer zu halten gewesen. Außer mit sehr viel Luck. Tarko pincht das Ding nach vorne. Sehr schön gemacht. Aber Iizuka lässt sich hier im Vorwärtsgang nicht aufhalten. Exorion setzt sich da gegen zwei Leute vor euch. Hallo, Band. Ich kann ihn dann letztendlich aufhalten. Jetzt nix den Seitenwechsel und Jaren geht an die Wand hoch. Hallo, Band. Niffes Fan-Crew, was auch mal das ist. Gut, gerade ein Chat geschrieben. Ja, Niffes Fan-Crew. Niffes ist, glaube ich, Jesus. Das ist ein Spitzname. Okay. Wenn wir das hier mal offiziell machen wollen. Auch wenn er ich sag mal leicht nicht sehr positiv reagiert, wenn man ihn drauf anspricht. Hat ihn weggeschossen. So ein Jarwin. Schön abgewehrt. Aber jetzt das Ding vorm Tor. Wir haben die Superleute, aber war niemand da, der es verwandeln könnte. Leider nicht, nee. Aber trotzdem, solche Spielzüge überhaupt ist. Jesus steht so weit links. Schade. Sehen wir hier auch einen Niffes ist der echte Name und Jesus ist der Spitzname. Alles klar. Ja, jetzt sind wir für Magdeburg eSports aber auch immer ein bisschen aggressiveres Play. Jawohl. Da zählt es immer. Jesus klaut das Ding. Bedankt sich jetzt wahrscheinlich für den losartigen Pass vom Tuckhorn. Guter Schuss, mein Tuckhorn. Das ist so. Lässt vermuten, was gerade im Discord los ist. Das sind aber die schönsten Momente. Das ist richtig. Da fühlt man sich mal sehr gut bei, wenn man so ein kleines eine kleine sadistische Ader hat. So, Jesus mit dem Pass in die Mitte. Aber da ist Izuka. Oh, doch nicht sofort da. Taka. Gegens Backboard. Aber jetzt sind alle vorne in der Team E-Hälfte und das ist nicht so gut. Jarwin versucht es zu klären, aber Ich bin auch beeindruckt, was Jifu in der Offensive für ein aggressives Spiel macht, in dem man einfach auf seine Gegner geht. Er spielt nicht mehr unbedingt zum Ball hin, sondern er geht nur auf die Gegner und versucht die Gegner abzubringen und zu bedrängen, um sie zu fehlern, zu zwingen, was jetzt gerade auch funktioniert. Wobei Jifu da jetzt nicht... Oh, Jarwin. Jarwin. Ich bin auch eher ein passiver Spieler, deswegen... Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde, wenn da so ein Jifu ankommt und zweimal Mates ausspielt. Ja, vor allem, wenn du ständig einen Gegner neben dir hast, der dich dann auch mal rammt. Und da ist das nächste Ding und schön, wieder Jifu. Das war jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Hallo, friend. So, Magdeburg ist ja auch gerade geschossen, deswegen... Nice, KS wird geschrieben. Also, wenn du mit KS Kill Secure meinst, ja. Es gibt kein Kill-Deal. So, nicht, dass Magdeburg ist, dass wir ins Strugglen kommt. Eine 3-0-Führung haben wir schon mal gesehen, was leider aus der Hand gegeben wurde. Jetzt wird hier gegen Speckboard gespielt und da ist der... ist das Play, da wird der Torwart aus dem Tor gebammt. Wir standen defensiv, aber zu defensiv. Ja. In dem Moment, wo sie rausgefahren sind... Hättest du da bammt Jisus weg. Naja. Beziehungsweise blockiert den Sprung von Jisus und damit ist das Tor offen. 3-2. Mit allen Mitteln. Die Teams schenken sich nichts. Im Präsidenten, wie ich gerne sagen würde. Genau. Shadowstar legt den schön auf für Jarvan. Ist aber auch in einem blöden Winkel angefahren. Die sind... Die stehen da zum 2. im Tor. Die gehen zum 2. im Tor und wechseln sich ab. Wenn der eine draufgegangen ist... Die warten, du bist Magdeburg-E-Sports overextended und dann sind sie da. Mit so einem Ball. Ja, das ist eine wunderschöne Tischtennis-Taktik. Du musst gar nicht mal irgendwie gute Bälle schlagen. Du musst nur warten, bis der Gegner Fehler macht. Genau. Du musst nur immer wieder auf die Platte gehen. So. Jetzt aber Jisus. Oh. Der Geh unterbrochen. Ja, du bist da an der Decke. Schau. Tacko, jetzt schön mit dem Dropshot. Oh ja. Dieses... Jawohl. Schön. Er hat das schön erwischt. Hätte ein bisschen mehr Schmackes haben können, aber ich denke... Hey, yo, Ben. Viel mehr ging der nicht. Nee. Er kam von der linken Seite und hat immer nach links gespielt. Das war schon technisch sehr versiert, was er da gezeigt hat. So, jetzt vom Export. Shadowstar ist wieder dran. Das... Das funktioniert echt defensiv bei den Exuka-Leuten verdammt gut. Ja. Aber Magdeburg-Gesfors hat sich nicht einschüchtern lassen. Nee, gar nicht. Haben die Wiederführung aufgebaut und machen weiter Druck. Es ist auch nicht mehr so viele Fehler zu sehen, Koordinationsfehler. Ich denke, die Jungs sind zu langsam warm. Sollten sie auch in zehn Minuten geht das Spiel los. Ja. wunderschöner gelesen von Shadowstar, dass er bei oben in der Rundung runterläuft einfach an der Wand. Das hätte sonst ein sehr kritischer Pass werden können für mein Knotis-Pots. Ja, jetzt haben wir noch ausgeglichen, ne? 2-2? Oder war es schon 3-2? G2-2 steht jetzt schon. Jetzt ist es das fünfte Spiel. 3-2. Nee. Jetzt ist es 2-2 oder nicht? Nee, nee. Hä? Ja, es ist schon das fünfte Spiel. Gerade. Ach so. Wir gehen nicht auf Torverhältnisse. BO7. Okay, ja. Das war das dritte Gewonnene. Genau. Ja, aber das ist doch schön, dass auch nach so einem Spiel sich die Leute immer noch gut verstehen. Da sieht man halt, dass es ein sportlicher Wettkampf ist. Ja, und an der Stelle wird es jetzt auch unterbrochen. Ich denke mal, die Jungs werden sich jetzt nochmal absprechen. Noch mal ein paar Dinge ändern. Jesus420, ja, das wahrscheinlich nicht. Und werden sich dann auf ihren Gegner vorbereiten. Wir werden noch mal ganz kurz in eine Pause gehen. Ja. was sieht man mit der Gnswerge aus wie n